Im dritten Teil des Einsteiger-Kurses nehmen wir den Arduino jetzt erstmalig in Betrieb. Bevor wir ihn über das USB-Kabel mit dem PC verbinden, muss die Arduino-Software runtergeladen und installiert werden. Dazu gehört zum einen der USB-Treiber und die integrierte Entwicklungsumgebung abgekürzt IDE. Mit ihr werden wir unsere Programme schreiben, kompilieren, also in den Maschinencode übersetzen und anschließend in den Speicher des Mikrocontrollers laden. Man findet die Software auf der Seite arduino.cc.download. Erst wenn der Treiber installiert ist, wird der Arduino mit dem USB verbunden. Bei mir wurde er sofort erkannt. Wenn das nicht funktioniert, muss man den Treiber über den Gerätemanager von Hand installieren. Man findet ihn im Arduino-Installationsverzeichnis im Ordner Drivers. In der Geräteliste findet sich der Arduino verbunden mit einem COM-Port, in meinem Fall COM3. Den merken wir uns. Jetzt starten wir die Software. Normalerweise sollte die IDE in der richtigen Sprache starten. Falls nicht, kann man das in den Anwendungseinstellungen ändern. Unter dem Menüpunkt Werkzeuge müssen wir noch zwei Einstellungen überprüfen. Als erstes muss das richtige Board ausgewählt sein, also hier der Arduino Uno. Und wir müssen ihn noch mit dem richtigen Port verbinden. Die grüne Power-LED am Arduino sollte jetzt leuchten. Um zu überprüfen, dass alles richtig funktioniert, laden wir ein Testprogramm. Bei der Arduino IDE nennt man die Quellcode-Dateien Sketche. Ein paar Beispielprogramme werden zum Glück gleich mit der Arduino Software mitgeliefert. Wir nehmen das Beispiel aus den Basics mit dem Namen Blink. Es sorgt einfach dafür, dass die auf dem Board integrierte LED an Pin 13 im Sekundentakt blinkt. Mit Klick auf den Button Hochladen wird das Programm kompiliert und wenn das fehlerfrei funktioniert hat, in den Speicher des Arduino geladen. Ja und es scheint zu funktionieren. Wer aber vorhin aufmerksam hingesehen hat, wird vielleicht bemerkt haben, dass die LED schon vorher geblinkt hat. Bei einigen Arduino ist das Blinkprogramm schon von Hause aus aufgespielt. Ein erneutes Hochladen hat deshalb keinen Effekt. Um zu sehen, dass wir wirklich die Kontrolle haben, ändern wir die Zahlenwerte im Programm von 1000 auf 100 und überspielen das Programm nochmal. Wenn alles in Ordnung ist, blinkt die LED jetzt wesentlich schneller. Damit ist unser Arduino jetzt auch bereit für etwas anspruchsvollere Programme. Wie so ein Programm aufgebaut ist und wie wir unsere eigenen Sketche schreiben können, lernen wir dann in den nächsten Folgen.